Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Abby! Pack die im Koffer. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation. Keine Sorge. Hey, wenn du zurück bist, siehst du nach meinem Dad? Wem geht's? Ich weiß nicht. Schlechter. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny? Puh. Schöner Scheiß. Ja. Wie Abby einfach so, ne? So ganz schön verschiedentlich rückwärts, ohne hinzugucken, die Treppen runter geht. Oh, ich nehme alles zurück. Die guckt nach hinten beim Treppensteigen. Das ist neue. Ich meine, es ist total albern, okay? Kein Mensch läuft so durch die Gegend. Für ein Videospiel macht das Sinn und sieht irgendwie sogar natürlich aus. Aber in Wirklichkeit rückwärts gehen, ohne hinzugucken. So komisch seitlich strafen. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht niemand. Und früher, im ersten Teil ziemlich sicher, aber in vielen solchen Dirt-Person-Spielen war das halt besonders lustig, wenn man dann irgendwie Treppen runter geht oder so. Und hier guckt sie tatsächlich beim Treppensteigen nach unten. Immerhin, immerhin. Nicht schlecht. Okay. Ja, Hundis! Alles abmelden. Sie spielt drinnen. Toll. Abby, willst du sie holen? Bin schon dabei. Hey, Mädchen. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Bist wohl eifersüchtig. Ah. Ah. Ja, okay. Da du so nett fragst. Hol den Ball. Ah, wie fröhlich er ist. Da auf Twitter, äh, hab ich da ganz viele Bilder gesehen von den Motion Capture-Hunden. Die haben da wirklich Hunde, ähm, in so extra Motion Capture-Hundeanzüge gesteckt und die so kleine Tricks vorführen lassen und ihre Bewegungen aufgezeichnet und so. Einmal noch Hund, aber dann müssen wir echt weitermachen. Ah ja! So, jetzt ist aber Schluss. Man könnte den Ball, glaube ich, auch echt über den Zaun werfen, aber ich, das will ich nicht. Nee, Hund, es tut mir leid. Ich kann jetzt nicht mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Wir können nie wieder weiterspielen, Leute. Das war's jetzt. Ich muss für den Rest meines Lebens hier Ball holen spielen. Na, komm. Na, komm her. Ja, ja, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, Hund. Ich muss jetzt. Nein, ich kann jetzt nicht. Ah. Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Mann, sie hat echt einen einsamen Job. Oh, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus Wolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden dir fehlen. Das glaube ich kaum. Ich würde irre werden. WLF Ruhe in Frieden. Hey, Pat. Hey. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na, klar doch. Grazie aas. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Hey. Danke. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Irgendwie ist das keine sehr nette Verabschiedung, oder? Der eine sagt, der Überleben sei lang. Das ist ja noch nett. Der eine sagt, ja, ja, und dein Tod sei schnell. Das klingt irgendwie nicht so nett. Ist etwas eingerostet. Guck, die stellen hier sogar Munition her. Die haben an alles gedacht. Das ist schon cool. Ne, so Landwirtschaft im Innenhof. Wobei die zu viele Tiere haben. Ich finde, das macht nicht wirklich Sinn. Weil Tieraufzucht einfach viel mehr Fläche braucht als Pflanzenaufzucht. Ein Maisfeld, da wo die Kühe stehen, würde viel ergiebiger sein und viel mehr Sinn machen. Aber scheinbar haben die kein Problem mit Nahrungsmitteln. Also was soll's. Und hier werden die Waffen gewartet und Munition eben auch hergestellt. Das ist nämlich eine wichtige Frage. Woher kommt Munition in der Welt? Hierher. Hier. Hierher kommt sie. Jetzt wissen wir's. Na dann. Wie wär's mit nem kleinen Wettkampf? Der Verliererputzdienst. Hm. Was kommt? Ein Magazin höchste Punktzahl? Abgemacht, Herr Brom. Okay, von mir ist kann's losgehen. Ich glaube, ich gewinne. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Okay. Wollen wir die Kopfhörer mitnehmen, oder? Werden die hier draußen gelagert, oder wie? Hier ist eine Kopfhörerkiste, tatsächlich. Warum liegen die nicht drin? Aber gut, ist ja egal. Ist ja mir wurscht. Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab dich auch vermisst. Ich schau mal noch ganz kurz da nach hinten. Auch wenn ich nicht das Gefühl hab, als gäbe es hier Loot in dem Bereich. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht eine antike Sammelmünze oder so. Aha, wartet mal. Da war grad was. Oder? War es nur eine Reflexion vielleicht, ne? Könnt schon sein. Manchmal bilde ich mir Sachen ein. Hui! Ich weiß wirklich nicht, warum eine hochschwangere Frau unbedingt auf Patrouille gehen muss. Ich mein, wenn sie unbedingt will. Aber können sie nicht auch die Tomaten versorgen, oder so? Schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass nur. Ich werde mich einfach auspowern. Aber wenn sie unbedingt will. Ich hab ein paar Extraaufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hey, Manny. Wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Von dem Erleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Brutplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, es ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildplatz. Was meintest du wegen mir und Owen? Ähm. Ich hab ihn zwei Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich mein, man sieht sich in der Kantine, aber... Wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Nach dir... Gar nicht so einen Kopfdurm. Oh Gott. Du glaubst du, was wir machen? Näher ran. Bring sie auf. Hol uns hier raus. Ich versuche es. Los, um sie herum. Bleib bei uns. Ich versuche es. Los, um sie herum. Au. Der Pferd... Der Pfeil gerade. Ist einfach an unseren Oberarmen abgeprallt. Hahaha. Finde ich gut. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Halli! Festfall! Alles klar? Ja. Ja. Verdammtes Gas. Wie weit bist du? Bis zur Basis. Ein gutes Stück. Wir sind ungeschützt. Gehen wir rein. Schauen wir nach, ob es hier sicher ist. Die Laschentampe ist an. Dann schauen wir mal, ob es hier sicher ist. Eine Münze. Elli hat ihre Sammelkarten. Abby hat ihre Münzen. Finde ich ehrlich gesagt die Sammelkarten interessanter wie eine Kentucky-Münze von 1792. Aber ich bin halt auch eher... Also ich kann auf jeden Fall eher was mit Comics und Superhelden anfangen. Und so gar nicht mit Münzen. Auch im wahren Leben. Insofern. Aber bei den Karten gibt es wenigstens was zu lesen. Bei den Münzen. Ich meine, theoretisch liest man da irgendwie schon auch was. Aber... Naja. Das ist nicht das gleiche. Verstanden. Eine Rohrbombe. Kommt sofort. Sehr schön. Sie hat jetzt auch ihren ganz eigenen Skill-Tree und ihre ganz eigene Ausrüstung. Alles ganz eigen. Im Grunde ein zweites Spiel im Spiel. Zwei voneinander unabhängige Spiele sind das hier. Im Grunde. Von der Progression her. Finde ich mutig. Und auch irgendwie ganz cool. Ich meine, schon viele Spiele sind dran gescheitert. Viele Spiele mit Progression. Mit klassischer Videospiel-Progression sind dran gescheitert, wenn man verschiedene Perspektiven erzählen will. Immer schwierig. Ich finde, The Last of Us 2 macht das ganz gut. Zumindest, wenn es ums Gameplay geht. Und zwar, indem die beiden Kapitel vollständig voneinander getrennt werden. Würde man die ganze Zeit so hin und her springen. Hier eine Stunde, da eine Stunde, hier einen Tag, da einen Tag. Wäre das blöd, weil dann weiß man als Spieler nicht mehr, ach, wo war ich jetzt mit dem Charakter? Was hatte ich da schon? Ach, die Waffe hat ja der andere Charakter. Das verwirrt einen nur. Das ist so schon gut gemacht. Erzählerisch ist es allerdings ein bisschen schwierig. Weil wir spielen jetzt quasi die ganzen drei Tage in Seattle wieder, die wir mit Ellie schon gespielt haben. Aber wie gesagt, das ist in Videospielen quasi fast unmöglich gut darzustellen, finde ich. Außer man macht ein rein narratives Spiel. Und das ist hier The Last of Us 2 nicht. Ich glaube, ich höre Infizierte. Oder sind das meine Begleiter? Ne, wahrscheinlich nicht. Meinst du? Könnte man fast glauben, ne? Mit dem lauten Geschrei überall. Achso, Infizierte sehen hier kein Licht, ne? Achso, Infizierte sehen hier. Geht schon wieder zurück. Oh, Mist. Solange man Infizierte nicht auf sich aufmerksam macht, laufen die immer die gleichen Bahnen. Immer wieder. Ich habe echt das Gefühl, die DMPCs töten nur Gegner, wenn man gerade hinguckt. Ich glaube, Offscreen bringen die niemanden um, oder? Kann das sein? Wo die Tür wohl hinführt. Ins Reich der Türen. Geh ins Licht, Abby. Nein, tu es nicht. Es ist eine Falle. So, schauen wir mal, ob wir... ...irgendwie einen Weg finden. Oder vielleicht auch Loot noch hier ein bisschen. Ich weiß noch, dass ich hier beim ersten Mal spielen sehr lange war, weil ich einfach den richtigen Weg nicht gefunden habe. Und die DMPCs sind hier auch nicht sehr hilfreich und nix. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie. Jetzt pass mal auf, wir müssen das Loch nochmal finden. Beziehungsweise das sieht verdächtig aus. Das ist okay. Naja. Immerhin. Staff. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Aber gut. Gut, dass es nicht der richtige Weg ist in dem Fall. Hast du eine Ahnung, Hündchen? Wie wir das schaffen? Ich will da hochkommen. Hä? Da wurde jetzt aber gerade was angezeigt. Oder spinne ich? Vielleicht spinne ich. Ich dachte hier auch... Also... Jetzt werde ich aber verrückt. Aber... Und da kann ich mich wirklich nicht festhalten. Nee, okay. Na gut. Ah. Das scheint richtig zu sein. Denke ich mal. Sonst würde Abby nicht sagen, dann mal los. So, können wir schon unseren ersten Skill erlernen. 25% mehr Gesundheit. Ja, da kann man nix sagen, oder? Nehmen wir. 25% Gesundheit sind immer gut. Schalldämpfer. Nur meinetwegen. Da rüber springen? Soll ich da rüber springen? Meint ihr wirklich? Könnt schon sein, ne? Ich wüsste jetzt gerade auch keinen anderen Weg. Abby! Ah. Abby! Moment! I don't like this. Leute! Kommen Sie! Na los! Der Hund ist einfach der Beste. Ah! 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 Double Kill. Oh, ein, ähm, ähm, äh, äh, Schambler. Genau, danke. Vorsicht! Hm, stimmt. Oh, ich guck grad auf die Uhr, Leute. Die Zeit vergeht, verfliegt irgendwie, oder? Ich find schon, aber für heute ist schon wieder Schluss. Morgen schauen wir uns hier noch ein bisschen um, wobei es hier wirklich sehr leer ist. Und dann geht's weiter. Würde ich sagen. Das nehmen wir noch mit. Ah, wir können das gleich boosten, ne? Warum nicht? So, schön. Na dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.